OAAD.de, one every day keeps the doctor away. 0.0.46 und bei 9.052 Gesamtbewertung eine Durchschnittssternebewertung von 4,2 von 5 Sternen. Wie bin ich auf die App gestoßen? Ganz einfach, es war ja eigentlich problemlos möglich, zum Beispiel mit der Amaze Faces App, was ich benutzt habe, Watch Faces auf das Mi Band zu spielen. Und dann kam ein Update für die Mi Fit App und somit auch ein Firmware-Update für das Mi Band 4 und das hat einfach Custom Watch Faces gekillt, leider. Und diese Mi Band 4, Watch Face for Xiaomi Mi Band 4 App ist meiner Meinung nach die erste App gewesen, die ein Workaround geschaffen hat. Und zwar, das wurde auch bebildert, einfach gezeigt. Ihr konntet dann relativ schnell danach wieder Watch Faces mit der App installieren. Und zwar wählt ihr das aus und klickt auf Download und habt dann einfach in der Mi Fit App das Standard Watch Face, ich glaube ganz oben links, was unter den vorhandenen ist, ausgewählt. Und dann kommt aber das Custom Watch Face, trotzdem auch das Mi Band 4. Ja, Amaze Faces hat er jetzt nachgezogen, aber wie gesagt, diese Mi Band 4 App war die erste. Und da sind auch sehr, da sind viele Watch Faces meiner Meinung nach drin, die ich beim Amaze Faces nicht gesehen habe. Und dieser cleanere Look der App gefällt mir eigentlich ganz und gar nicht schlecht. Viele Watch Faces gleichen sich natürlich, aber auch im Prinzip ist es wahrscheinlich eigentlich egal, welche ihr benutzt. Und ja, mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich uns selbstverständlich. Ciao und bye bye. Das war One App A Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info at oaad.de, facebook.com slash oneappatag, gplus.eu slash oneappatag oder eine Ad-Menschen an twitter.com slash oneappatag. Das war eine Ad-Menschen an.